Hier im Glas haben wir unseren St.Laurent. Der St.Laurent zeichnet sich besonders aus durch seine Kirscharomen gepaart mit Vanille. Er ist sehr feinfruchtig und ist eigentlich dafür gedacht so ein netter Begleiter des Abends zu sein. Er hat nicht den Anspruch im Vordergrund zu stehen, sondern einfach nur ein netter kleiner Schmeichler, welchen man an einem schönen süffigen Abend, zu zweit, zu dritt, zu viert, eine genüssliche Runde genießen kann.